Ich stehe hier mit einer ukrainischen Journalistin, die uns gerade für Fernsehen interviewt hat. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, sie selber zu interviewen. Wir sind verwundert, dass wir so viel Aufmerksamkeit hier kriegen von den Medien. Können Sie uns erklären, warum? Für mich ist es interessant, warum die Deutschen nach der Ukraine kommen, weil die Ukraine gibt kein touristisches Land. Und Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie selber in Deutschland waren. Wie lange haben Sie da gelebt und wie kam es dazu? Ich wohnte in Augsburg 16 Monate als festiger Wohnsitz. Ich komme aus Deutschland und mir gefällt es besser in der Ukraine. Und wie vergleichen Sie die Medienlandschaft in Deutschland mit der Ukraine? Ist ein Journalist in der Ukraine das gleiche wie ein Journalist in Deutschland? Ich kann es nicht sagen, wenn es in Deutschland war. Ich war noch kein Journalistin. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.